Liebe Teams, herzlich willkommen im Zoom-Plattform. Es handelt sich um eine grenzüberschreitende Veranstaltung. Aus diesem Grund werden auch die tschechischen Teilnehmer dabei. Wir werden dabei für sie eine Dolmetscherin haben. Für sie ist wichtig die richtige Sprache einstellen. Die Sprache zu wählen, klicken Sie hier Interpretation, dann wählen Sie German, also Deutsch. Dann klicken Sie nochmal und dann klicken Sie Mute Original Audio. Dann ist die Sprache eingestellt. Wenn Sie möchten Ihre Präsentation sharen, dann klicken Sie hier Share Screen. Dann klicken Sie Share Sound und Ihre Präsentation müssen Sie erst offen machen. Und dann wählen Sie die Präsentation. Sie finden die Präsentation irgendwo hier. Und dann ist es alles fertig. Bye. Bye.